Was geht ab, Leute? Heute wählen wir auch noch zu spielen. Ähm, ja, wir haben das Spiel schon ein bisschen angefangen. Wir haben das auch gleichzeitig gefilmt, nur da hat das Audio noch nicht so gut funktioniert. Wenn ihr wollt, dass wir das ohne Audioaufnahme hochladen, schreibt es bitte unten in die Kommentare. Okay, wenn ihr das Spiel schon kennt, wir müssen jetzt Gaspumpen anschalten. Und das machen wir jetzt auch. Los geht's. Was ist denn? Wir müssen jetzt gucken. Ich weiß nicht, wie das geht. Bann gaspumpen nicht irgendwo da hinten? Ja, wir haben ja schon, wir haben eine gaspumpe angekriegt, aber dann wollen wir das einmal hochladen. Aber wir haben gerade gelockt. Also wir wissen, dass dann die Aufgabe oder zu machen. Ja, 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 ja. Also wir sind dann hier. Ja, aber da waren wir eben gerade rein. Ja. Und dann hier ist sie das. Ist sie jetzt schon an? Nein, ist sie nicht speichert. Und dann, ja. Und dann kam irgendwie ein Tief von hier. Ja, nein, ja, da kam er. Ja, hau ab, hau ab. Und dann warten wir noch. Nein, den haben wir uns versteckt. Okay, jetzt weiter haben wir nicht wirklich. Außer wir sind auch, glaube ich, hier reingegangen. Oh mein Gott. Hilfe! Wir werden sowas von sterben. Nein, wir werden überleben. Wir werden einfach nicht. Wir werden sowas von sterben. Nein, wir werden nicht. Wir werden rechts abgehen. Ja, rechts und links. Oh nein, oh nein, oh nein. Also wir hoffen, dass jetzt die Audio funktioniert. Ja, das ist das Mikro. Ja, das ist das Mikro. Okay. Der guckt jetzt da rein, wo es so ein Noob, äh, wo es bündelt, wie sie unterbützt sind. Jo. Aber unsere Finger, ne? Die sehen auch so verkrüppelt aus. Jo, jo, jo. Ah, warte noch kurz, bis er. Jo, okay. Was hörst du? Heute kehrt der Kopfhörer auf und ich hab grad keine. Also ich höre, dass du Batterie wechseln musst. Was ist das für ein Geräusch? Okay, wir steigen jetzt weg. Mit Kamera, weil sonst stellen wir alle. Ey, Batterie! Blüpp. Okay, los, für die Batterie auch. Hier ist keine Ba... Ne, wohnst ich auch nicht. Ich muss alle. Funktioniert noch. Wo ist der hinten? Ich weiß, ich kann nix hören. Also musst du sagen, wo ist. Hier kommen wir noch raus. Ich seh Gasbomben, ne, ne? Ne Batterie! Wo sind die Gasbomben? Hier bitte? Bitte sei hier drin. Bitte, kommt der jetzt nicht. Oh, ich geh auch irgendwie nicht zurück. Oh, jetzt muss ich den. Jetzt muss ich den auch. Ich höre so eine komische. Richtig. Oh! Ah! Hilfe! Los, unser Bett. Suchbett. Und? Okay. Okay. Okay, ist der weg? Ich... Hör. Ey, ey, ey. Oh mein Gott! Hilfe! Hörme! Kommt er! Alter! Darf es kommen. Keine Ahnung? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hier, hier. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich hör... Man hört es nicht, wenn er kommt. Dich sind tot. Man hört es nicht, wenn er kommt. Ja, die sind tot. Hier. Ja, ja. Guck mal da rein. Bitte sein Gast. Da, ja. Oh, oh. Twin, bitte, bitte, Twin. Wir haben zwei angemacht. Bitte. Und wir haben so einen großen Hebel gemacht. Ja, jetzt ist wieder Licht. Okay, diesen Teil haben wir jetzt gemacht, aber... Wir haben jetzt keine Zeit mehr. Wir müssen jetzt leider los. Wir werden jetzt trotzdem das Ohrne-Audio-Flampe oder sonst. Ja.